Dann, rein. Hallo und herzlich willkommen zu Salvos 1.3 Folge 10. Mit dabei ist Niklas. Yo, hi. Und ich. Hi. Okay. Also, gehen wir drauf? Ja. Und go. Und wir müssen schauen, ob wir da außerhalb der Border stehen, ne? Oh, stimmt. Sind wir es? Nein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir würden jetzt noch keinen Schaden kriegen, oder? Ne, würden wir nicht. Aber ich glaube, der Bildschirm wäre rot, oder? Ja, ich glaube. Ich renne trotzdem mal sicherheitshalber schon mal in die Richtung. Nein, es passiert nichts. Okay. Ja gut, dann sind wir. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, wo die ist und wir müssen dran denken, wo wir uns dann heute ausloggen. Okay. Willst du jetzt hier noch Level fahren oder können wir direkt los? Äh, wir können eigentlich direkt los und woanders Level farmen. Ich würde noch ein bisschen... Okay, dann nehmen wir die Öfen hier noch mit. Äh, war das Samen? Brauchen wir nicht, ne? Mh, mh. Nein. Kann ich den Spawner abbauen? Äh, achso, ja. Ja. Sowas braucht man noch nicht. Redstone. Soll ich abbauen? Äh, nee, warte mal noch. Achso, hast du alles dazu? Ähm, warte, was wollte ich? Spinnenaugen braucht man nicht, ne? Holzspitzer, äh... Nee, nee, nee. Kohle rein, also... Ja, ich, ich denke... Ach, nee. Äh, ich hätte noch zwei Eisenbrustpanzerschutz 1, die brauchen wir eigentlich auch nicht noch. Ähm, nee. Äh, nee. Ja, dann würde ich sagen, können wir los. Okay, warte, kriege ich die Level? Ich glaube, ja. Okay. Nee, das war eine Frage an dich eigentlich, was du mir gibst. Wie viele hast du jetzt eigentlich noch? Ich habe vier Level. Okay, ich auch. Ich könnte mir aber dann vorher irgendwann vielleicht mal noch eine Spitzhacke machen, wenn wir wirklich jetzt in Snather wollen. Äh, naja, können wir ja dann dort machen. Oder so, ja. Bist du in der mir? Ja. Okay. Äh, mir ist gerade noch was aufgefallen, aber das kann ich dir jetzt leider nicht in der Aufnahme sagen. Was... Aber das... Was wichtig ist, was ich jetzt wissen müsste? Nee, nee, nee. Es ist nur was für die Planung. Okay. Leute, wir planen nämlich. Naja. Die Folgen sind strukturiert. Also, wir kommen sogar an der Sache vorbei, wo ich nochmal vorbei wollte, glaube ich. Ach ja, stimmt. Äh, falls du Hühler siehst, ne? Ja. Äh, warte kurz, ich sperre mal noch. Das Dingens. Okay, ja, jetzt weiter geht's. Okay. So, essen. Ähm, ja. So langsam leicht links halten, glaube ich. Ja. Oh, da ist die Border. Alter, ist die riesig. Aber die ist echt... Wow, die ist deutlich näher gekommen. Ich glaube, ich sehe die Border einfach immer erst vier später als du. Ah, jetzt sehe ich sie. Die ist deutlich näher gekommen. Ist ja schon fast furchteinflößend. Äh, ich hab so... Ah, ein Hühnchen, ein Hühnchen! Yay. Warte. Was? Ach nee, doch nicht. Ich dachte, wir können es vielleicht noch vorher vermehren, oder so. Äh, nee, das hat, glaube ich, wenig Sinn. Okay, eins war's. Und hier haben sich Noah und so ausgelockt. Äh, wir sind gerade im Kreis gelaufen, oder? Also, nicht ganz... Doch, wir kommen von hier. Oh. Ups. Äh, weil, ist hier dieses Ding? Welches Ding? Achso, das Ding. Die Wasserfalle. Achso. Okay, die hab ich nicht. Nee, gut, dann hab ich... Dann sieht das hier einfach extrem gleich aus. Aber dann ist das einfach gar nicht das. Okay, komm, ähm, jetzt zum Spawn. Äh, also eigentlich schon die ganze Zeit zum Spawn, aber ich... Ich glaube, in die Richtung dort ist es. Also müsste es theoretisch sein. Okay, okay, okay. Wieso gibt's denn hier so wenige Hühner? Also, ich hab jetzt eine Feder. Das sind schon mal vier Pfeile. Oh. Hm, Stockmann hat ja ein Skeletz-Borne gehabt. Das wäre auch relativ perfekt für uns. Wieso? Für Pfeile. Achso, ja, Pfeile, ja, stimmt. Und, ja, Level auch und... ...theoretisch auch Bögen. Hm. Äh, bist du dir sicher, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind? Also, ich mein, ich geh ja voran, aber ich geh ja auch einfach nur durch Nachgefühl. Also, es kommt mir schon relativ bekannt vor, als das Biom würde immerhin passen. Ah ja, hier haben Noah und, äh, die hat's Äpfel gefarmt, ja, ja. Dann ist hier das Born, ja, ich sehne schon. Oh, und hier haben sie sogar wieder angepflanzt, alter. Okay, aber die Folge kommt ja erst viel später raus, die wir jetzt gerade aufnehmen, von daher. Ich will mal wissen, was dort steht, wenn man versucht, eine Teamkiste zu öffnen. Diese Kiste gehört Team Lid, okay. Kleingeschrieben und Türkis. Ähm, jetzt ist die Frage, was machen wir? Gehen wir jetzt schon hoch? Ja, können wir eigentlich, oder? Ich würde noch was ändern. Ähm, ich brauche das hier mal wieder treppenähnlich. Ja, okay, ich glaube, den müssen wir sich ausdecken. Was? Äh, kommst du mit? Ja. Achso, du steckst dich direkt, okay. Naja, bevor irgendwo vielleicht doch eine Falle ist. Achso, ja. Okay. Wobei es jetzt sind. Äh, achso, ich warte mal noch auf dich. Äh, hab ich noch Essen? Okay. Äh, dann rein. Hoffentlich sind die Pikmin nicht aggro, Alter. Ähm, wo geht's denn hier lang? Äh, hier vor. Ich in lauf der Folge von Ihnen, oder? Aber hier, achso, hier hinten ist nicht. Okay. Ist halt echt gefährlich, ne? Ja. Okay, wir sind relativ gut ausgerüstet. Wir halten ein bisschen was aus. Ja, wir haben auch, äh, Goldäpfel, ne? Ja, solange wir jetzt nicht einen Jonathan machen. Ja, ich hab Jonathan schon gesagt, er hätte, wenn er schnell gewesen wäre, hätte er einen Kessel-MLG machen können. Ja, ich glaub, ich hab da drauf. Weißt du, du so, im Fall setzt du den Kessel, tust Wasser rein und landest dann noch perfekt in der Mitte davon. Ähm, ich sehe hier nirgends Quarz, das ist echt. Na gut, schau mal. Ah, hier. Naja. Ah, privat noch gar nicht mehr, oder? Ich dachte schon. Äh, waren alle netter? Ne, äh, pass fair auf, ne? Ja. Wegen Lava. Ich will dich... Ja, ich baue nicht unter mir ab. Ich will dich nur nicht so verlieren, wie halt Jonathan gestorben ist. Ja. Okay, äh, ich hab keine Ahnung, wo wir gerade lang müssen, ehrlich gesagt. Von hier kommen wir doch, oder nicht? Ja. Hä? Wo wir kommen... Äh, hä? Weißt du, wo es lang geht? Äh, äh... Quatsche. Hast du das hier gerade gebaut, oder war das schon? Nee, das war... Ich glaube... Ja, hier gibt's noch Quarz. Achso, du hast... Ähm... Ich brauche aber erst mal... ...n Dingens. Ne Spittacke. Ah, ich glaube... Oh, Gigi! Ich glaube, deswegen habe ich die ganze Folge nicht. Gigi! Äh, sind die irgendwo hier runter? Kann das sein? Ah, ich glaube hier. Nee, oder? Nee, ich bin gerade echt... Also, wir sind gerade ein bisschen... Ich stelle mich gerade ein bisschen sehr dumm, aber ich finde es einfach nicht. So, keine Ahnung. Oh, Alter! Jetzt runtergehen können. Soll schon ein bisschen vorsichtig. Ähm... Ähm... Ich will mir jetzt aber auch nicht irgendwie riskant runterbauen, ehrlich gesagt. Ja, riskieren nichts. Oh, ho, ho! Ja. Die Schicht unter dir ist übrigens nur eins dünn, also bei manchen Stellen. Ja, ich wollte nur an das Quarz. Ach, da war noch Quarz? Ja, hier ist eigentlich noch Quarz. Das ist nice. Ah, ich habe es gefunden, wo es runtergeht. Bitte nicht schreien, das klingt nach Tod. Ja, ich habe es gefunden. Ja, das ist einfach ein Pigment lang gelaufen. Direkt vor mir. Ja, ich habe gerade echt Angst, dass die hier irgendwo noch ein Loch eingebaut haben, was ich nicht gesehen habe in der Folge. Ah, hier muss ich den Gast irgendwo. Achso, da ist er wahrscheinlich schon weg. Äh, ich gehe schon mal runter hier. Ja. Äh, warte mal, ist die Border eigentlich im Nether auch? Äh, das ist eine gute Frage. Okay, ich weiß es voll gar nicht. Ah, ich will es jetzt eigentlich gar nicht riskieren. Ich habe gehofft, dass wir irgendwo schneller mehr Quarz finden. Ja, ich habe hier in so einem Bereich, da war es wahrscheinlich niemand. Oh, doch, 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 ich habe hier Steigen gefunden. Hier war jemand. Warum ich hätte jetzt mal kurz ein bisschen die Seite. Ähm, ja gut, dann waren wir wenigstens mal im Nether. Aber wenn wir jetzt hier nichts so attraktives mehr finden von Quarz her, dann können wir auch erstmal wieder in die Welt gehen, glaube ich. Ja, sehen wir mal. Ja, ich denke. Okay. Äh, nee, äh, Kabel ist nicht natürlich im Nether, ne? Nein. Okay. Dann waren wir doch schon Leute. So, ich glaube, ich habe es geschafft, ich habe mich verlaufen. Ernsthaft? Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wollen wir wieder in die Oberwelt? Also hier ist jetzt scheinbar nicht viel zu holen, das ist jetzt eigentlich nur Zeit. Ja, sobald ich einen Weg zurück finde. Bist du denn lang? Bist du in die Richtung? Ich bin hier eigentlich, ja, ich sehe den Namen. Aber ich sehe ihn da drüben laufen. Achtung, Achtung, da geht es runter. Ja. Ah, hier habe ich meinen Gang durchgebaut. Ja, ja, hier. Okay. Dann war das sehr erfolgreich im Nether. Na, ich habe immerhin fünf Level. Wie kriegt es? Ich habe auch fünf Level. Also ich habe jetzt Level 9, meine ich. Achso. Nee, so viel habe ich nicht bekommen. Okay, ähm, ja, dann lass uns mal schauen, ob wir Leder noch finden. Leder war wirklich wichtig. Ja, äh, Teamkistenabbau ist verboten, ne? Das ist verboten, habe ich extra nochmal gefragt. Okay. Ähm, wir könnten theoretisch, hier sieht es nach Kühn aus, also so ein Biom, wo welche spawnen könnten. Wenn es noch welche gibt. Jo. Vor allem in solchen Wäldern hier, glaube ich. Die relativ freundlich. Aber die Frage, ob wir jetzt überhaupt noch welche kriegen. Oh. Alle schon abgeholzt wurden. Also, im Sinne, ja, genau. Uah! Das war doch auch. Wir müssen am Ende halt wirklich, also so ein paar Minuten vor Ende der Aufnahmezeit, was ja jetzt schon wieder ist, ey, mal schauen, dass wir nicht zu sehr an den Rand kommen, ne? Ja. Also, ich glaube, in Summs sind alle Kühe weg. Falls da überhaupt welche waren. Oh Mann, aber ich kann nicht mit Schutz 1 kämpfen, das ist Quatsch. Wir brauchen Leder. Ah, ich hab ne Kuh, ich hab ne Kuh. Sehr schön. Ich hab hier noch ein bisschen Kuh. Die haben kein Leder gedroppt. Äh, gut, weniger schön. Ah, gar nicht schön. Wir können auch Hasen töten, die droppen auch so ein Lederzeug, aber brauchst du auch mal eben vier, vier Hasen. Also, vier, vier Haute, ne, was, was, die Quelle. Hier ist noch Schafe. Nimm ich natürlich auch mal mit. Ja, aber essen kann man, glaube ich, doch noch ein bisschen gebraucht. Äh, bist du eigentlich mal in der Nähe? Äh, gute Frage. In welche Richtung bist du denn ungefähr? Äh, Sumpf, durch den Wald durch. Oh, ist das ein Huhn? Das ist ein Huhn. Sehr schön. Und noch ein Huhn. Oh. Ja, hier ist Sumpf. Ja, ich seh dich. Hier unten sind, also hier war ich gerade ein Huhn. Ups. Hier ist auch noch ein Huhn. Ja, ich hab auch noch eins gefunden. Ich werd schon mal Pfeile machen. Ach so, haben wir. Oh, da hätten sie Borda. Okay, hier würde ich mich jetzt nicht so aufhalten. Lass mal lieber wieder in die Richtung. Wie weit war sind ungefähr noch weg. Weiß ich nicht. 20, äh, 50. Ja, so zwischen 20 und 50. Ich kann sowas ganz schnell einschütten. Aber es ist trotzdem besser, wenn wir uns hier sicherheitshalber im Wald aufhalten. Oder halt... Es regnet. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt Regen mitkriege bei dem Projekt. Ja, stimmt. Ah! Das sind noch so viele Hasen, das wär alles Leder. Wo ist ich denn noch schnell? Wir haben noch mindestens eine Minute Zeit. Was haben wir noch? Wir haben noch mindestens eine Minute. Also, wenn du willst, gehst du schnell. Nee, ich bin jetzt schon weiter. Oh, es gibt... Äh, wo bist du eigentlich? Oh, hier sind Hasen. Oh, es gibt gewittert. Okay, das ist ein lustiges Bild. Hier ist eine Schlucht und da sind Hasen drin. Ja, die meine ich. Ja, da bist du also. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Ich bin schon weitergelaufen. Ich bin jetzt schon wieder beim Spawn, also fast. Oh, so. Das ist eine riesige Schlucht. Ja, da waren auch, glaube ich, schon einige drin, oder? Ja, gut möglich. Okay, ich greife mal wieder ein bisschen was weg, weil ich mich brauche. Ähm, ich hole noch das eine Schwein und dann komme ich wieder in dein Richtung Spawn. Hast du noch solche Hasen Leder Dinger? Nein. Ah, nicht mehr. Also, ich habe auch nie einen Hase getötet. Okay. So, ich. Es könnte sein, dass wir ein bisschen getrennt voneinander die Folge beenden. Ach, ist schon zu Ende? Das wäre fast schlecht. Ein paar Sekunden. Etwas mehr als eine halbe Minute ist es noch. Nee, sicher? Ich denke, ungefähr schon, ja. Ich glaube, eine halbe Minute habe ich drüber. Okay, ich mache noch Pfeiler. Okay, habe jetzt Pfeiler. Hast du noch Gieß? Du weißt schon, Flint? Ah nicht, okay. Okay. Da muss man dann halt nochmal runter, findet man ja schnell. Ah. So. Nee, ich bin wieder... Fuck. Wo ist denn du? Im Schwarzeichenwald? Ja, ja, da musst du einfach rauskommen. Ja, aber ich bin in die falsche Richtung rausgekommen. Okay. Ja, es ist jetzt jeden Moment zu Ende, würde ich sagen. Ja. Wir sind viele Hasen. Wir sind sehr weit auseinander. Ja. Ja, okay. Also, schnell wiederfinden auf jeden Fall. Ja, und Leder haben wir jetzt nicht bekommen. Ja, aber da, wo ich bin, sind viele Hasen. Also, da können wir wenigstens noch ein Leder rausholen, denke ich. Das wäre schon mal sehr sinnvoll. Okay, dann war's das mit der Folge. Ja gut, dann... Lasst ein Like da. Abonniert uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.